Hallo RoboPix-Fans! Über Weihnachten haben wir wieder viele coole Bilder gemalt. Rot, blau, grün, gelb. Wir haben ein bisschen pink reingemischt und ein bisschen golden drüber getan. Aber am besten guckt ihr selber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017